Rund 400 Kilometer Fußmarsch im Namen der Wissenschaft. Chris Palasch ist Experimentalarchäologe. Im Selbstversuch will er die Strecke von Kiel-Ellerbeck bis ins dänische Erdebölle zu Fuß laufen. Und das nur mit steinzeitlicher Ausrüstung. Das heißt also nicht irgendwie jetzt abends in die Pension zu gehen und irgendwo an die Indisbude oder sowas, sondern ich muss mal jeden Abend halt selber meine Behausung bauen. Während der Wanderung stellen besonders die steinzeitliche Versorgung mit Essen und sauberem Trinkwasser eine Herausforderung dar. Das ist gerade bei dem Wetter jetzt ist das wirklich eine nicht zu unterschätzende Sache. Vor allem, weil viele Wasserquellen hier, wo ich also bisher vorbeigekommen bin, das sind dann Entwässerungskanäle irgendwie aus Ackerbau oder sowas. Da kann man nicht unbedingt was nehmen. Mit einer Trinkflasche aus Leder und etwas Proviant ist aber auch das machbar. Schließlich geht es um Erfahrungen und Erkenntnisse, die gesammelt werden wollen. Beide Orte gelten als wichtige steinzeitliche Fundstellen. Was für mich auf jeden Fall interessant ist, einerseits ob es wirklich stimmt, heute ist das nicht mehr machbar. Auch die Ernährung aus der Natur und überhaupt so ein Projekt anzugehen, sich selber einfach mal so zu ernähren. Und zum anderen einfach um diese Wanderwege von damals. Denn es gab ja damals auch Handelsbeziehungen, Wissensaustausch. Da ist es sehr, sehr leicht, sich an den Schreibtisch zu setzen und fiktiv eine Zahl anzunehmen, wie weit die Leute wohl dann pro Tag gelaufen sind oder sowas. Aber da habe ich mir einfach gedacht, Gott, probiere es einfach mal selber aus. Im Norden Dänemarks ankommen will Palasch in ca. 4 Wochen. Zurück geht die Reise dann aber mit der Bahn. Und nach unserem. weinen BUNDE Wir sind und